ein neuer tag ein neuer booster folge 1036 hallo herzlich willkommen meine güter die gehen teilweise wirklich sehr schwer auf so es geht heute los mit light food spring play when you move during your turn treat each athletics check you make during the move as if you had rolled a 10 die haben wir noch nicht gezogen clear the cobwebs die kenne ich die haben wir schon gehabt fick er hat man auch schon steady footing ja die war auch mit dabei crazy legs play when you hit with an attack after the attack you can shift one square as a free action or up to two squares if the attack targets will aber die haben wir auch schon gezogen keen analysis die kennen wir auch schon das war jetzt hier auch die erste ankommen karte wieder an dieser stelle twinkle toes haben wir auch schon gehabt und jetzt kommt die hier ja da haben wir fei bewilderment das ist ein schönes artwork play at the start of your turn the first attack role you make this turn targets reflex instead of the defense the attack normally targets sehr schönes artwork hier wirklich gefällt mir sehr sehr gut und dann haben wir hier noch mal step up to the challenge und die code karte zum schluss ja bedanke ich mich bei euch wieder fürs zuschauen was hat euch gefallen und wenn ihr wollt dann sehen wir uns ja